Die Justiz ist viel zu milde, das sagen vier von fünf Bundesbürgern. Und heißt es nicht auch in der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das ist unser Thema bei Tacheles im März. Die Rache ist mein, brauchen wir härtere Strafen? Und neben mir hier auf den roten Stühlen werden dann diskutieren Friedrich Weber, der Landesbischof. Er hat die Trauerfeier für Julian gehalten. Der wurde misshandelt und ermordet. Mit dabei ist auch Christian Pfeiffer, der Kriminologe aus Hannover. Er wendet sich gegen härtere Strafen. Und auch mit dabei Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er meint, Strafen müssen wehtun und fordert einen Internetpranger. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.